willkommen zurück zu einer neuen folge von meinem let's play jetzt bin ich mal wieder da und mache jetzt mal auch eine folge wieder für euch sonst denkt ihr hier ich mache ja gar nichts mehr außer black and white 2 jetzt gerade hören wir das lied polka glaube ich von unserer lieben lafiella aus so ich wollte jetzt nämlich mal wiederholen herr zumbie Ah! Geh weg! Ich bin der böse Zombie-Killer! Und ich kille Zombies jeden Tag! Friss das, Zombie! Ah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Da kommst' nicht mehr raus! also wie ich schon sagte ich wollte ich wollte Hühner holen das kann ich jetzt auch gleich machen noch ein Faden und noch ein Ei wobei ich muss mal Sherry fragen für was eigentlich eine Enderperle da ist ja ähm Seed genau Samen so jetzt ha ha ich habe einen rüber gekriegt zum ersten Mal noch mehr Creeper aber die lass ich jetzt grad mal leben ich habe hier keine Zeit um hier Creeper zu töten so die Hühnchen die waren so viel wie ich weiß da hinten hier hinten oben glaub ich ich bin mir allerdings nicht mehr so sicher ach jetzt hören wir Polka von La Viella ja ah du Scheiße Hilfe da schnul was geht denn hier Hühnchen komm mal her komm mit Entschuldigung Tom nicht runterfallen Echt jetzt? komm mit Kommentarie bis jetzt. Haha, eins So, ein Hühnchen haben wir Und dieses Skelett hat gerade gebrannt Und brennt jetzt plötzlich nicht mehr Warum? Hey, du Also auch eine Scheiß hier Wenn man vom Spiel verarscht oder was Ein Körbis, wie geil So Hühnchen Spinne Stirb So 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 Hallo! Aaaaaah echt jetzt Was ist? Aaaaaah Wir sind echt jetzt. Wir sind 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 jetzt. Wir sind. 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 Wir sind.